Na alle zusammen, hier ist wieder heutzutage und wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir über ein neues Event aus Patch 10.2.5 kriegen. Und zwar schimpft sich das Event einmal hier, das große Buddeln, Ruhestätte des Verräters. Und ja, das Event haben wir im Azurblauen Gebirge und zwar hier auf den Koordinaten 27.46. Da könnt ihr einfach hinfliegen und bei dem Event mitmachen. Und zwar haben wir hier auch einen Timer, das beginnt immer zur vollen halben Stunde. Heißt um 0.30 Uhr, 1.30 Uhr, 2.30 Uhr, 3.30 Uhr und so weiter. Könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt. Könnt ihr jedes Mal die Belohnung kriegen und auch das Mount, wo wir uns gleich anschauen werden. Zusätzlich gibt es dann auch noch hier oben in Teil Draustos auf den Koordinaten 27.46 eine Weekly Quest. Wie es mit Weekly Quest so ist, könnt ihr einmal die Woche machen. Da gibt es dann auch noch ein bisschen extra Währung und Ruf. Die Geschichten, die ich jetzt hier aktiv habe, sind übrigens Handynotes, falls ihr euch das fragt. Also diese Anzeige, was es da so alles gibt. Und unten seht ihr schon, aus einem makellosen Folianten steht dran, dass man einmal hier das Mount kriegt. Stimmt nicht ganz. Ich habe es aus einem kleineren rausgekriegt. Und ich habe auch schon bei WoW Head geguckt. Anscheinend ist bei den marktlosen Folianten, das sind die größeren, ist die Chance anscheinend höher. Und dann gibt es halt dementsprechend noch niedrigere Folianten, die dementsprechend eine ein bisschen niedrigere Drop Chance haben. Wie kriegen wir das Ganze zusammen? Naja, also wir fliegen quasi um halb hierher. Machen bei dem Event mit. Da müsst ihr einfach nur Sachen anklicken. Ihr könnt auch ins Zelt gehen und kriegt dann Special Aufgaben. Die müsst ihr aber auch nicht unbedingt machen und könnt dann dementsprechend oben einen Balken auffüllen. Nach ungefähr so 8, 9, 10 Minuten spawnt dann hier ein Boss. Den Boss haut ihr um und von dem könnt ihr dann einen Haufen Folianten looten. Die macht ihr auf und wenn ihr ein bisschen Glück habt, habt ihr das Mount drin. Es gibt auch noch einen Haufen andere Sachen. Wir können jetzt hier mal drüber fahren. Ihr seht, das sind eigentlich hauptsächlich T-Mock Sachen, also kosmetische Items, die wir hier absolvieren können. Und natürlich gibt es auch ein paar Achievements, aber zu denen werde ich auch nochmal extra Videos machen. Ja, ich habe jetzt mit dem Main das dritte Event gemacht und da war mein Mount drin. Ich habe auch noch ein paar andere Chars von meinen anderen Accounts mitgenommen. Heißt, ich habe jetzt ein bisschen über 10 Events gemacht und habe meinen Mount gekriegt. Also das scheint nicht so selten zu sein. Eine genaue Drop-Chance haben wir leider auf WoW-Head noch nicht vorliegen. Aber ich schätze mal, dass sie irgendwie was, ja zwischen 1 und 10 Prozent wird sie wahrscheinlich liegen, schätze ich jetzt mal. Gut, dann lernen wir das mal und schauen uns das schicke Ding an. Und zwar, jetzt gucken wir mal, Tonschuppen, da haben wir es, Tonschuppenhorn-Schreiter. Die Namen werden auch immer länger. Und so das Grundmodel kennen wir ja schon von diesen Mounts mit den kleinen Flügelchen. Diesmal haben wir hier quasi so eine rote Version mit ein bisschen weißen Konturen hier. Und ja, eigentlich ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie es läuft, aber doch ein kleines schickes Mount. Und dann schauen wir uns noch das Mount-Special an, würde ich sagen. Einmal, achso, warte mal, hier muss ich gar nicht kippen, ist das hier kein Flug-Mount? Ja, das kennen wir von den Mounts schon, ist jetzt nichts Besonderes. Gut, ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Heißt, ihr schaut, dass ihr jede halbe Stunde hier das Event mitmacht, bis ihr dann euer Mount habt, beziehungsweise auch noch ein bisschen T-Mog eingetütet habt. Juti, ich werde die Tage noch Videos zu den ganzen Achievements hier machen. Falls ihr die auch noch haben wollt, könnt ihr gerne reinschalten. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao!